Das muss ja doch rein theoretisch funktionieren. Ein einzelner Befehl würde nicht reichen. Demäß dem osmonischen Protokoll musste er dem Zug in drei von der Ausfindung kommen. Jetzt muss man sich auch mal überlegen, dass es nur an diese olle scheiß Software jetzt gerade liegt, ey. Ja, jetzt habe ich das eigen gestellt, aber jetzt kriege ich das nicht so hin, dass das Lenkrad im Spiel funktioniert. Hast du es auch ausgesucht, das Lenkrad? Ja, ja. Spiel unter Einstellung. Deine echte Gangschaltung. Tastatur plus das Logitech plus B-Ding. Ich bin also einfach auf die falsche Software. Achso, hier fahren sogar zwei Autos. Macht auch kein Schwein. 見て, nein, wer denn da schaut, wer denn vendине ist? Wo-a been? Hey, und gerade rhackstabend haben die bis jetzt? Das war ja auch viel weiter! Okay, ich schieße ihn. Da suchst du jetzt dein Vertriebssystem aus, was für ein... ... 32 oder 4-Bits. Und dann ladst du da runter und dann kannst du das installieren. Highland-Ansiles. Wie hieß du das? Okay. 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 Ja, so viele... ...Wir müssen ja normalerweise richtig... ...heute hier sein, ey. Hat der Gewehr. Okay. Wee... 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 ...wee... ...wee... Kraftzeit kommt Steht eben, da kommen wir nicht Neu Was? Start PC kurz neu Achso, ja 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 Ja, natürlich. Und die haben natürlich auch einen Flammenwerfer. 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 Und die haben natürlich auch einer Flammenwerfer. Und die haben natürlich auch einen Flammenwerfer. Der Karre aufankern? Ich ne. Da habe ich mich gerade erschrocken. Ich dachte, das wäre das andere Kfz. What the fuck? Was ist das denn, Alter? Oh, das ist auch mal ne Wump. Sniper? Das sieht nach Sniper aus. Besser. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Untertitelung. BR 2018 Weil haben die hier ein Radio lau... Daniel Daro los Hat er da... Was für ein Zufall, dass da oben ein Pferd da steht hat Das war's für heute.